Wir befinden uns in einem Naturschutzpark in Thailand. Die Besucher haben heute besonders großes Glück, denn eins der größten Tiere des Parks kommt ihnen direkt vor die Kamera. Das denken sie zumindest. Angst hat der Elefant nicht, denn aus Erfahrung weiß er, dass sich in den kleinen fahrenden Dingern Essbares befindet. Ein bisschen Wegzoll sollte jeder zahlen. Und wenn sich jemand weigert, muss man eben ein bisschen nachhelfen. Den Insassen des Fahrzeugs ist zum Glück nichts passiert. Für den Schaden ihres Autos müssen sie selbst aufkommen. Wenn dir unsere Videos gefallen und du nichts mehr verpassen möchtest, klicke doch einfach den Abonnierbutton und aktiviere die Glocke unter dem Video.